Na, das wäre ja was. Der britische Sänger Liam Gallagher hat seinem älteren Bruder Noel eine Wiedervereinigung ihrer ehemaligen Bantoasis vorgeschlagen. Die für ihre üblen Streitereien bekannten Geschwister hatten Oasis 2009 aufgelöst. Punkt Anführungszeichen Erde an Noel, pass auf, ich höre, du gibst jetzt Konzerte, wo die Leute keinen Alkohol trinken können, das ist deine bislang bizarste Aktion, ich vergebe dir, und jetzt lass uns die Biko wieder zusammenbringen, schrieb Liam in einem gewohnt großmäuligend Wert gestern Abend. Es ist nicht das erste Mal, dass es Gerüchte um eine Oasis-Wiedervereinigung gibt. Erst im September 2017 hatte Liam in einem Interview mit der deutschen Presseagentur gesagt, ich hätte Oasis lieber als eine Solo-Karriere. Anführungszeichen Es mangelte seither jedoch auch nicht an brüderlichen Beschimpfungen.